Mein Name ist Daniel Arn. Ich bin der Inhaber der Firma Hans Christen AG. Wir sind eine Zahnradproduktion und Getriebehersteller. Für mich heisst die freisändige Umweltpolitik ganz gezielt mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stellen, um die reduzieren zu können, aber nicht mit Verboten zu regulieren, sondern mit Anreizen. Für mich gibt es den Mehrwert, wo wir das Licht reduziert haben. Wir haben die ganze Halle auf L&D umgestellt. Wir verbrauchen einfach weniger Strom, also wir können dort eine Einsparung machen. Wir haben eine Qualitätsverbesserung. Und das ist für mich der Anreiz. Nachdem wir Gebäudehülle schon saniert haben vor ein paar Jahren, ist es der nächste Schritt, wir sehen es hier hinter uns, da wird eine Energiezentrale aufgestellt. Wir werden das ermöglicht, dass wir unsere Ölheizung rausschmeissen können und uns hier in einer Energiezentrale anzuhängen, die eine viel grössere Nachhaltigkeit hat. Die Zeit ist reif, dass wir das Gesetz unterstützen. Wir sehen auf der ganzen Welt die Probleme und auch wenn wir in der Schweiz schon sehr weit fortgeschritten sind, müssen auch wir unseren Teil dazu beitragen. Auch wenn es für uns Einschränkungen gibt, der Nutzen, langfristig gesehen, ist immer noch grösser und darum stehen wir für das Gesetz und wir müssen das umsetzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.